Jetzt sind wir am Ende der Gesetzesabstimmung. Ich komme zu den Beschlussempfehlungen. Tagesordnungspunkt 56, Beschlussempfehlungen der Ausschüsse zu Petitionen, Drucksache 20 2540. Wer stimmt dieser Beschlussempfehlung zu? Das sind offensichtlich alle. Keiner ist dagegen, oder ist jemand dagegen? Ich frage sicherheitshalber, enthält sich jemand der Stimme? Das ist nicht der Fall. Damit haben wir die Beschlussempfehlung mit den Stimmen von allen angenommen.